Hey und jetzt wir kommen in dieser Arena gegen Codec mit ganz viel GK von Dayla. Das ist ein Off-Heat-3-Gladi, der jetzt auch noch seine Fear-Resistenz hochgeboostet hat. Super! Top! Hasse ich einfach komplett. Naja, wir werden mal schauen, ob er machbar ist oder nicht. An und für sich habe ich älteres Gier im Sinne von, ich trage noch 65er PvP-Rüstung, was natürlich nicht so top ist. Trotzdem, Gladi-Grundsatz ist, kiten, kiten, kiten und auf gar keinen Fall in den Nahkampf reingehen, so wie ich jetzt gerade, weil das verdammt gefährlich ist, weil rein theoretisch sein Gottstein dann pocken kann, obwohl er keinen Schaden machen kann. Jetzt dann wir ihn schnell. Komm schon, Pat! Scheiße! Das Problem gerade war... Ach, ganz ehrlich, hier, du kannst mich mal... Von wegen, ich spiele ohne 4, äh... Nicht gegen Gladi. Gegen gegierten Gladi. Und gelevelten. Ich drücke halt keinen Schaden und das seht ihr halt auch... Oh, Silence Godstein! Also, der macht sogar mit seinem blöden Bogen auf mir mal ernsthaften Schaden. Das hat man wirklich selten. Das ist so... Ja. Scheiß, verdammter! Das ist... Wieso... Wir könnten jetzt theoretisch bald den ersten offiziellen Parabrog von meinem Gottstein in der Arena haben. Aber noch nicht. Ein, auch anscheinend nach. Er sollte jetzt gleich mal sterben. Wir werden jetzt auf gar keinen Fall Shock Remove ziehen. Jetzt ist er tot. Puh, das war knapp. Also, das wird durchaus eine unangenehme Arena. Das... Wow. Bug. Das merke ich jetzt schon. Mein Geist hat sich auch verbuggt. Was geht mit dem? Okay, ich dachte schon, er ist auf K. Nehmen Sie ihn nochmal eben. Wir können ihn ruhig ranlaufen lassen. Das ist kein Problem. Er muss nämlich hier hochlaufen. Er läuft... Da lang. Okay, dann gebe ich hier runter. Er verfolgt mich. Das ist aber kein Problem. Schritt Nummer 1, Dispeln. Schritt Nummer 2, Scheißverdammter Silence! Gott, ich hasse Silence. Also, er hat immer... Hach! Diese blöde Defense-Haltung, ey. Ich kriege da noch einen Anchor von, ey. Wir haben noch ein paar Sekunden Silence drauf, gegen den wir jetzt nichts tun können. Er ist aber geslowed. Was top ist. Also, ich werde... Jetzt kriegen wir schon wieder einen Silence. Wir laufen jetzt mal hier lang. Er hat momentan die Erde gezogen. Also, würde es keinen Sinn machen, wenn ich jetzt ernsthaft versuchen würde, Schaden zu machen. Deswegen kite ich gerade einfach im Kreis. Er ist gelieft. Wie ist das denn? Hä? Also, danke für die Glory Points und so weiter, aber... Hä? Ich meine, ich habe doch gerade einfach nur seine Erde ausgekaltet. Was denn daran stimmt? Okay. Dann viel Spaß noch bei weiteren Arenen. Bis dann.